Musik Für mich ist das Beste an der Hochschule Ansbach die familiäre Atmosphäre. Ich gehe über den Campus und kann jedem Hallo sagen. Und auch der Umgang mit den Professoren ist offen und freundlich. Ich fühle mich einfach wohl. Was mir an der Hochschule am meisten so sagt, ist, dass es einfach sehr modernes Equipment gibt. Neuestes Software, man ist immer up-to-date. Läuft. Das Studieren an einer so jungen und modernen Hochschule macht mir sehr viel Spaß. Und ich werde auch bestens auf das Berufsleben vorbereitet. Das Studieren an einer so jungen und modernen Hochschule.